Sylvester, New Year's Eve, Notte di San Silvestro. Der Übergang ins neue Jahr wird auf der ganzen Welt gefeiert. Darum werfen wir von Glanz und Gloria zuerst einen Blick über die Landesgrenze hinaus. Die deutschsprachige Schlagerszene ist zum Jahreswechsel im österreichischen Linz bei der fünfstündigen Sylvester-Show von Jörg Pilava und Francine Jordi aufgelaufen. Ja, und vor allem für einen ist diese Sausen besonders emotional geworden. Nämlich für diesen Schlagerstern, der seinen Namen trägt. Ja, und genau so ein positives Feuerwerk für 2019, das wünschen wir von Glanz und Gloria, Ihnen von ganzem Herzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Morgen begrüsse ich mich am anderen Kollegen, der Salah Barampuri. Alle miteinander.